Denkst du, jeder hat das Zeug sich selbstständig zu machen? Das ist eine schwere Frage. Ich finde das albern zu sagen, jeder kann das. Jeder Mensch hat andere Talente. Der eine ist handwerklich begabt, der eine ist im Kopf begabt. Und ich glaube halt, dass der beste Malermeister, der am besten malt, muss nicht gleichzeitig die Firma am besten leiten. Und der die Firma am besten leitet, muss nicht gleichzeitig der beste Malermeister sein. Versteht ihr, was ich meine? Also der beste Maler sein. Deswegen finde ich es albern zu sagen, jeder kann sich selbstständig machen, weil es kommt immer auf das Fach an. Weil du musst ja verschiedene Sachen können. Und ich finde halt, man muss sich nicht selbstständig machen. Wenn man einfach geil in seinem Job ist, ist doch auch geil. Versteht ihr, was ich meine? Also es kann doch sein, dass jemand zum Beispiel, ja, wie zum Beispiel jemand, der ein Grafiker oder jemand, der in der Firma arbeitet, oder ein EDVler zum Beispiel, perfekte Beispiel, EDVler, ein Programmierer, sage ich mal. Ich bin mal vor, jemand ist ein richtiger Programmiernerd und kann perfekt programmieren, aber er kann halt nicht so Verwaltung und dies und das. Wieso sollte er das selbstständig machen? Dann soll er doch einfach bei einer Firma gutes Geld verdienen dafür, dass er programmiert. Also ich bin mir sicher, dass die Programmierer von Amazon oder von Facebook, die ganz Großen, verdienen bestimmt mehr als wir selbstständig in der Einweisbranche. Und das ist doch okay so. Also ich weiß nicht, ob man sich immer selbstständig machen muss und ich finde es auch albern von diesen ganzen KLS-Spastis und so immer zu sagen, ja, ihr müsst selbstständig machen, macht doch einfach das, was ihr könnt, perfekt. Und wenn ihr zum Beispiel der beste Koch seid, aber nicht der beste Geschäftsmann, dann arbeitet doch einfach in einem geilen Restaurant. Und wenn ihr ein guter Wirt seid, aber kein guter Koch, dann macht ihr vielleicht ein Restaurant auf und stellt den besten Koch ein. oder so würde ich das sehen. Ich finde das Quatsch sozusagen. Jeder kann so alles mäßig. Jeder kann das machen, weil das ist ja ganz normal. Ich bin jetzt selbstständig als Eiweiß-Typ und das ist so mein Ding. Ich kann das. Ich kann Leute vielleicht ein bisschen managen. Ich habe diese Marketing-Sachen im Kopf und ich kann eine Firma irgendwie leiten. Aber ich habe auch Hilfe. Ich will auch Leute dazu, wenn ich das nicht kann zum Beispiel. Aber ich stehe mir vor, ich will jetzt Koch werden. Ich kann es halt nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich kann jetzt nicht selbstständig werden als Koch und ich kann auch nicht ein normaler Koch werden, weil ich kann es nicht. Ich habe Maura gelernt, aber ich hätte nicht das Zeug gehabt zum Maura-Meister und somit auch nicht dazu, eine Maura-Firma vielleicht zu leiten schon, aber nicht Maura selber zu sein, Meister. Und so hat halt jeder seine Talente und deswegen kann man für mich nicht, man kann nicht radikal sagen, ja, du kannst selbstständig werden, ja, du kannst das. Ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht jeder Rapper werden. Du musst halt rappen können ein bisschen oder ein bisschen musikalisch sein. Es kann auch nicht jeder YouTuber werden. Und, weil er muss ein bisschen reden können. Das ist auch nicht so. Also, so zum Beispiel, ich habe gestern gesehen, das war auch wieder bei Monte, dass der Jan Schulz hat so geil gesagt, ey, ist schon Wahnsinn und was die Assis alles Geld machen heutzutage, hat er recht irgendwie. Aber ich bin der Meinung, es gehört schon mehr dazu, als einfach nur ein Assis sein und auf YouTube zu sein. Da gehört auch schon so ein bisschen was dazu. Und das rechne ich auch jedem YouTuber irgendwo an, auch denen, die ich nicht mag. So, die haben es halt trotzdem gemacht und machen das dann gut. Also, ist ja egal jetzt so, wer jetzt zum Beispiel nicht mag. Also, die Businessleute, die ich nicht mag, gut, die bescheißen, Alter, das ist das Problem. Naja, aber seien wir einfach so neutral, Leute. Diese Instagram-Mädels, die ich jetzt nicht kenne, diese Instagram-Mädels, die ich nicht kenne, die für irgendwelche L'Oreal-Werbung machen oder so, das gucke ich nicht, oder die YouTuberin, die arbeiten ja trotzdem. Natürlich machen die unfassbar scheiße viel Geld mit YouTube und das ist krank, dass L'Oreal denen dauert, dass ich wie viel, 1000 Euro bezahlt. Aber man kann jetzt nicht sagen, die machen nichts. Die sind ja trotzdem auf YouTube und irgendwas müssen sie ja haben, dass jemand sie catcht. Gut, klar, jetzt können wir Clickbait hochziehen, Affiliated sein, ja, das kann man dann reden. Manche wurden wirklich nur hochgezogen. Aber ich glaube jetzt mal so, die wirklichen Größen haben schon was geleistet. Also egal, ob das jetzt hier Fahrräd, Kollegah, Flair, 187, Straßenbande, Rav Camorra, Contra K, da kann ja niemand sagen, dass sie nichts geleistet haben. Das ist ja Quatsch. Auch Mero, alle Eno, alle Rapper, da haben ja was geleistet. Da kann ja niemand sagen, ja, die wurden einfach durch Zufall bekannt und rappen über Scheiße. Nee, die haben schon was geleistet. 187 rappt zwar über Drogen, was ich auch nicht so doll finde, so dieses Drogenthema, aber natürlich haben die eine riesen Leistung erbracht. Und die machen geile Musik einfach und deswegen hören das die Leute. Und so ist das aber halt bei jedem Job. Einfach bei jedem Job musst du halt dein Handwerk verstehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass jeder selbstständig sein kann. Aber ich finde es halt auch gar nicht schlimm, dass nicht jeder selbstständig sein kann, weil jeder soll einfach seinen Talenten nachgehen. Fällt schon aus. Ich finde die Frage so in sich unstimmig. Was hat denn Mero denn geleistet? Er hat halt einen Song gemacht, der krass war. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss das jetzt auch nicht hören. Also Mero ist jetzt auch nicht komplett mein Rap-Geschmack. Aber als Typ, er ist ein Typ, er ist ein Charakter, er sieht gut, er hat seine Optik, es passt, seine Raps haben geballert, seine Raps liefen in allen Shisha-Bars. Damit hat er was geleistet. Er hat halt einen Rap hingelegt. Plus, glaub mir, Rapper sind jetzt auch nicht so einfach. Die Leute touren durch die Welt, die schlafen dann vier Stunden, sind auf Konzerten. Das ist auch eine Arbeit. Also das ist Quatsch, das nicht als Arbeit abzustempeln. Genauso wie Montana Black. Das ist Quatsch, dass da die im Podcast gesagt haben, der Arbeit nicht, der Montana Black, seines Streams, das ist anstrengend. Der muss das jeden Tag machen. Klar verdient er überdurchschnittlich viel Geld. Klar könnte man sagen, ist das gerechtfertigt. Aber das kann man auf der ganzen Welt machen, bei Fußball genauso. Aber natürlich bringt ein Fußball eine krasse sportliche Leistung. Natürlich muss Montana Black euch immer wieder entertainen, seine Fans. Immer was überlegen. Man muss jeden Tag streamen. Hat eine Verpflichtung, hat einen gewissen Druck. Stars haben immer Druck. Das kann man auch nicht unterschätzen. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der mehr arbeitet. Oder weniger. Oder was weiß ich. Zum Beispiel für mich ist ja auch, ich leite die Firma und ich bin so eine Art Person der Öffentlichkeit und ich kümmere mich um die Fabrik. Ich mache noch bei manchen Produkten selber mit. Manche Marketingaktionen mache ich selber, manche gebe ich ab, manche Blogskripte für andere schreibe ich, manche nicht. Das heißt, ich habe 5, 6 Jobs bei sich plus. Und das ist definitiv ein heftiger Kopfweg. Und ich bin mir sicher, es gibt Firmeninhaber, die sind nur nach außen, die kümmern sich um gar nichts selber, haben für alles ihre Personen. Ich bin nicht so, ich mache sehr, sehr viel selber. Das heißt, es gibt Entrepreneure, wie sie sich selber nennen, die machen viel weniger als ich. Und nach außen sehen die genauso aus. Die machen halt nur weniger, gibt es bestimmt. Und dann gibt es bestimmt auch noch welche, die noch mehr machen als ich, weil sie irgendwie einen Kontrollwahn haben und gar nichts abgeben können. Ich habe so eine gute Mischung. Ich lebe 24 Stunden Physik plus, versuche aber möglichst viel abzugeben, muss aber immer noch sehr viel selber machen, weil sehr viele Dinge so einfach mit mir gekoppelt sind. Aber ich bin kein Kontrollwahnsinniger, dass ich die Leute nicht alleine arbeiten lassen kann. Aber ich bin auch kein Faulenzer, der sich hier nur online zeigt, nichts mitarbeitet. Ich bin halt so die Mitte und mir macht das auch Spaß. Und so ist halt alles anders, aber dennoch ist alles eine Leistung. Also ich finde es jetzt Quatsch zu sagen, das ist mehr Leistung, das ist weniger. Also ob du jetzt Arzthelferin bist oder ob du jetzt Maurer bist oder ob du was gibt es noch für Jobs. Das ist alles für mich dieselbe Leistung. Die Leute arbeiten 8 Stunden am Tag, der eine arbeitet vielleicht mehr, der andere macht mehr Pausen oder so. Aber leistungstechnisch, was ich meine, für mich gibt es da keinen. Eine gute Krankenschwesterin ist mir lieber als ein schlechter Arzt. Das ist hier meine Metapher des Abends. Ne? So. Eine gute Krankenschwester ist mir lieber als ein schlechter Arzt. Fertig aus. So. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wie gesagt, höher, kleiner, ich behandle eh jeden gleich, aber das Statement hat gepasst. Hat dir Maurer Spaß gemacht? Bedingt, bedingt. Woher oder wie hast du dein Fachwissen im Bereich Supplementation angeeignet? Alles Learning by Doing, mein Freund. Lieber Xanderl of Gaming, alles Learning by Doing. Mit wie vielen Jahren hast du 6 Plus gegründet und wie kam es dazu? Ich war 27 Jahre alt, war bei einer anderen Eiweißführer, war von denen enttäuscht und habe dann als Racheaktion eine eigene Firma gegründet. Auf kurz knacke ich jetzt. Charles Lugiano schreibt, kannst du mal deinen Businessaufstieg von Anfang als kleine Doku verfilmen? Vor allem der Weg vom Kriminellen zum Geschäftsmann würde mich da trennen. Also es kommt eine Produktionsdoku, aber ich würde mich nicht als Kriminellen bezeichnen und vor allen Dingen auch nicht beweihräuchernd wie die Rapper. Also ich war kein Krimineller, ich war ein halbstarker Affe. Krimineller würde ja bedeuten, ich war der Pater von Trier oder so. Ich war einfach ein jugendlicher Raufbold, der Scheiße gebaut hat. Also vom Kriminellen zum Geschäftsmann, hört sich, wäre so ein bisschen Clickbait. Wäre übertrieben, würde ich sagen. Ich meine, und vor allen Dingen soll das auch nie beweihräuchernd sein. Alles, was man falsch gemacht hat, alles gehört dazu. Also ich misse diese Drogenzeit auch nicht. Ich misse auch die Drogentherapie nicht. Das war eine harte Zeit in Drogentherapie, aber es waren auch schöne drei Monate. Ich habe da Menschen kennengelernt, die ich leider nie wieder gesehen habe, aber die mir irgendwie ans Herz gewachsen sind. Aus jeder schlechten Phase sieht man auch was Gutes. Aber ich fände bei Matthias Clemens wäre das falsch zu sagen, vom Kriminellen zum Geschäftsmann. Würden wir sagen, vom hyperaktiven Halotri und Raufbold und zum Geschäftsmann wird das, glaube ich, eher formulieren. Ich finde, kriminell ein bisschen übertrieben. Jo, Matthias, besteht noch Kontakt zu André? Wie seid ihr damals getrennte Wege gegangen? André wurde einfach Anwalt und macht jetzt YouTuber als Anwalt. Und wir haben die 6plus-Videos vor kurzem erst gelöscht bei André, damit seine Anwaltschaft nicht schaden. Da gibt es gar kein böses Blut. André hat übrigens dasselbe YouTube-Management wie ich sozusagen. Also arbeiten dieselben Leute im Hintergrund. Also es ist alles gut mit André. Und der ist nicht von 6plus weg im Schlechten, sondern einfach aus karriere-technischen Gründen. Der ist jetzt Anwalt. Und ich glaube, Anwalt und Fitness-YouTuber kämen ein bisschen schräg. Das wäre, glaube ich, für die Anwalt, der macht ja noch Fitness, der ist ja noch in Shape, der Junge. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt Fitness-YouTube und Anwalt-YouTube machen sollte. Wir können ja ein Video von André reakten vielleicht mal. Dann, Frau J. Murat, haben wir beides hier in einen Topf geworfen. Ja, wie gesagt, halbstacke Affe, da lacht sich der Devran kaputt über mich. Finde ich gut. Und hast du medizinisch diagnostiziertes ADHS, wenn der Kinderpsychologe, bei dem ich im 8. Schuljahr war, recht hat, dann habe ich das, ja. Ich war zwei Tage beim Kinderpsychologen, weil ich ein bisschen behindert war. Ja, aber wie gesagt, so ein Krimineller, das ist halt übertrieben. Dieses Kriminelle ist eh so, die Rapper auch, denen war ja kaum einer wirklich kriminell. Da waren auch alles halbstacke Raufbeute. Das ist so Straßenjungs, könnte man sagen. Wir waren vielleicht alle Jungs, die draußen abgegangen haben und Scheiße gemacht haben. Dieses Kriminell, das wird, glaube ich, in der YouTube-Szene und Rap-Szene sehr, sehr, sehr schnell ausgeschlachtet. Und ist oft sehr so, na, aber gut, Rap gehört dazu. Aber ich selber möchte mich nicht so darstellen.